Der FIAP Premium Aktiv Fieder ist ein programmierbarer Fischfutterautomat, der automatisch eine gewünschte, eingestellte Menge Futter an Ihre Fische im Teich abgibt. Durch eine integrierte Steuerung können bis zu sieben Fütterungszeiten und eine gewünschte Futtermenge eingestellt werden. Ihre Fische werden wann immer Sie wollen, bei Wind und Wetter oder während des Urlaubs optimal versorgt. Durch die Flexibilität des Systems können Sie immer sicher sein, dass Ihre Fische täglich von der von Ihnen eingestellten Zeit die richtige Menge Futter bekommen. Der FIAP Premium Aktiv Fieder wird mit allen erforderlichen Zubehör geliefert, einschließlich elektronischem Bedienungsdisplay mit Transformator. Der FIAP Premium Aktiv Fieder Der FIAP Premium Aktiv Fertig 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 Fertig